Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, habe ich heute an dem 14.03.2021 die 1000 Abos erreicht. Obwohl ich schon des öfteren keine Videos mehr gebracht habe. Ich habe öfters überlegt, was ich bringen kann, allerdings fällt mir nicht wirklich viel ein. Naja, dazu habe ich dann eine längere Zeit, über zwei Monate oder irgendetwas, wie das kein Fortnite mehr gespielt. Dazu hatte ich keine Videoideen. An der Stelle seid ihr gefragt. Wenn ihr noch Videos sehen wollt, nennt doch bitte Videoideen oder Fragen in den Kommentaren. Das einzigste, was ich wahrscheinlich nicht aufnehmen kann, sind Runden. Da man wahrscheinlich schon sieht, laggt das Ganze ziemlich, da mein PC es nicht schafft. Allerdings würde ich gerne wieder Tutorials oder irgendwie etwas wie das bringen, allerdings weiß ich im Moment nicht worüber. Ich werde einen Kommentar in den Kommentaren schreiben, wo ihr eure Ideen runterschreiben könnt. Die besten Ideen werde ich dann umsetzen, bzw. die meist gelikedesten, wenn welche da sind. Es werden zwar nach der Reihe dann höchstwahrscheinlich fast alle Ideen kommen, allerdings wird das Ganze ein wenig dauern. Ich werde jetzt in diesem Video noch einmal versuchen, diese Runde aufzunehmen. Wenn das Ganze nicht zu schlecht wird, sollte, werde ich das vielleicht nochmal machen. Allerdings bezweifle ich das, da man es vielleicht auch schon an der Grafik sieht, ein wenig meine Leistung raubt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr genau, wie man überbaut. Perfekt. Ich werde mir hier jetzt erstmal noch ein wenig Loot suchen und Gegner. Ich weiß nicht, ob man es hört oder nicht. Ich habe ein neues Mikrofon, ich will mal hoffen. Es ist etwas besser wie bei den letzten Videos, da meine Tonqualität nicht so gut war. Dazu hat das Ganze immer ziemlich doll gerauscht. So Leute, ich habe jetzt gerade einen Gegner gefunden, allerdings habe ich ein Problem. Ich hatte hier eine Waffe mitgenommen, wo ich dachte, es wäre eine Pumpgun. Allerdings ist es letztendlich ein Jagdgewehr. Naja, das war jetzt eine ziemlich kurze Runde und ein ziemlich kurzes Video. Ich würde zwar gerne auch noch ein Video aufnehmen, allerdings habe ich heute nicht mehr viel Zeit. Und ich möchte das Video heute am 14. noch rausbringen. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Ideen. manter diese Schreibtisch. Wenn man sich, dann haben wir zum nächsten Video. ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!